Nun, Sie sagen, Sie wohnen in Eastchester. Können Sie die Stadt ein bisschen beschreiben? Was ist das für ein Ort? Es ist ein sehr, es ist ein kleiner Stadt, es gibt keine Industrie, nur ein Stadt, wo die Leute wohnen, die meisten Leute arbeiten in New York Stadt. Wir haben ein, die Eisenbahn ist von Eastchester bis New York City ist nur 25 Minuten, so es ist ganz günstig und ja, wir haben viele Familien und Schulen und Schule und so weiter. Es ist ganz ruhig. Ja, das ist schön.